Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe dir versprochen, dass ich zurückkehre. Was passiert jetzt? Festhalten. Warte, was? Jane! Wir kommen aus verschiedenen Welten. Vielleicht waren sie ja aus einem Grund getrennt. Wenn wir nichts tun, werden sie uns zerstören. Was würdest du geben, um das zu retten, woran du glaubst? Nein! Du musst sehr verzweifelt sein, wenn du mich um Hilfe bittest. Du musst wissen, wenn du mich verrätst, werde ich dich töten. Wann fangen wir an?